Heute besprechen wir, wie du in benoteten Diskussionen immer gut dastehen wirst und so 15 Punkte in jeder Debatte bekommst. Willkommen zurück Abiturdäten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. So Debatten, Diskussionen, vielleicht auch mal München, Prüfungen, wo man in einer Gruppe irgendwas sagen muss, ist ja einfach so ein eher kleineres Teilsegment, worauf man in der Oberstufe seine Noten bekommt, aber es ist halt so eine Sache, die einem nie beigebracht wird, ähnlich wie mit den Referaten. Dir zeigt einfach in der Oberstufe oder allgemein in der ganzen Schule ja nie jemand, wie man das wirklich gut macht. Und genau dafür ist dieses Video als Ersatz da. Erstens 100% Selbstüberzeugung. Manchen Leuten gefällt das überhaupt nicht, aber gerade die Wahrnehmung von Personen beeinflusst sehr stark, wie wir ihren Inhalt sehen oder wie wir das Gefühl haben, welche Qualität der Inhalt hat. Es gibt eine sehr berühmte Studie, da bin ich mir gerade nicht sicher, wie es genau ist, aber ich meine, dass dort herausgefunden wurde, dass von dem Eindruck, mit dem wir von der Person haben oder wie viel Kommunikation, also woraus Kommunikation besteht, dass da nur 7% über den Inhalt gingen und beispielsweise über 50% über die Körpersprache. Und das zeigt einfach schon, wie sehr, natürlich ist der Inhalt wichtig, aber wie entscheidend es auch ist, dass du selbst wirklich davon überzeugt bist, dass du das auch rüberbringst. Ja, ihr merkt ja das jetzt gerade auch. Ja, ich gehe jetzt gerade richtig in so eine Angriffsposition. Du spürst einfach diese Energie in meinem Körper, während ich darüber spreche und dass sowas catcht, sowas beeindruckt, sowas zeugt auch einfach von Sicherheit, dass man weiß, worüber man spricht. Und das ist in der Debatte oder Diskussion immer sehr, 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 sehr wichtig. Solltest du dazu deinen Selbstvertrauen noch pushen wollen, dann kannst du dir gerne rechts oben mein Video anschauen, wie du doppelt so viel Selbstbewusstsein in der Schule entwickelst. Jetzt aber Punkt 2 und zwar Fakten kennen. Es gibt nichts Peinlicheres, als in so einer Diskussion, wenn du denkst, hoa, und das ist so und so, und dann ist es gar nicht so. Weil das kann einfach alles, was du davor dir vielleicht auch mit echt guten Sätzen, guter Körperhaltung und so weiter, alles aufgebaut hast, so wieder ruinieren, gerade wenn es ein echt entscheidender Fakt war, das ist natürlich immer super mies. Gleichzeitig kann es aber vor allem auch eine extrem gute Kontermöglichkeit sein. Also wenn zum Beispiel gerade die Gegenseite sehr gute Dinge gesagt hat und du aber irgendeinen Fakt hast, der das auch widerlegt oder entkräftet, ist unfassbar wertvoll. Nehmen wir als Beispiel Wirtschaft. Und irgendjemand sagt, dass Deutschland ja, keine Ahnung, 32 Milliarden jedes Jahr an Steuergeldern für, was weiß ich, nur für die Verteidigung ausgibt und dass das ja viel zu viel ist und man sich viel mehr um Bildung und so weiter kümmern sollte. Und das mag im ersten Moment vielleicht super drastisch klingen, aber wenn du die Fakten richtig gut kennst, könntest du zum Beispiel sagen, und ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja schon, aber in anderen Ländern sind die Ausgaben viel höher. Beispielsweise in Amerika sind das sogar, was weiß ich, 78 Milliarden jedes Jahr. Und auf einmal macht es einfach Boom, ja, weil auch der Lehrer checkt, wait a second, der Typ hat sich nicht, oder das Mädel hat sich nicht davon beeindrucken lassen, dass die andere Person so eine krasse Zahl genannt hat, sondern er oder sie hat wirklich verstanden, in welchem Kontrast das Ganze auch steht. Und das kann vor allem dann die Gegenseite richtig in Bredouille bringen, weil er hat ja gerade gesagt, das sind aber so und so viele und dann sagst du aber, ja, bei relativ ist es überhaupt nicht viel, dann ist es natürlich, oh shit, und das kommt einfach mega gut an. Nichtsdestotrotz, drittens, jeder ist dein Freund. Wenn man so Diskussionen und Debatte hört, denkt man oft so, oh, wir müssen uns jetzt verbal bekriegen und gucken, wer besser ist und wer gewinnen wird. Aber gerade wenn du versuchst, also das natürlich mit Niveau und sachlich einfach extrem gute Gegenargumente bringen und natürlich auch theoretisch die Opposition, ja, im Prinzip dominieren, sprich überhaupt nichts dagegen, aber sei dir bewusst, dass du das nicht tun musst und du dich auch auf gar keinen Fall so richtig auf die Person dahinter einschießen sollst. Es geht um die Sachverhalte, da geht es darum, gut zu argumentieren, aber nicht zu versuchen, die Person, die dir gegenüber steht, die irgendwie niederzumachen, weil erstens wird die das mega, mega schnell merken und dann wirklich dann auch zurückkämpfen, was dir selbst dann wehtun wird und vor allem, du musst auch, um in der Debatte oder in Diskussionen, Gruppenbesprechung, was auch immer, um 15 Punkte zu bekommen, musst du nicht zwangsläufig klar gewinnen. Oft reicht es auch schon, oder sagen wir mal zumindest für 11, 12, 13, 14 Punkte, reicht es auch schon super oft, dass du einfach dich nur sehr stark mit dem anderen duellierst. Das reicht ja schon vollkommen, weil man will ja nur sehen, dass beide gut argumentieren können und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man die andere Person komplett auseinander nimmt, sondern es reicht schon, wenn du einfach immer wieder die Argumente gut entkräften kannst, deine eigenen bringst, er dasselbe wieder macht und das im Prinzip so ein Pingpong ist und dir einfach beiden den Lehrern zeigt, hey, wir haben es wirklich drauf. Viertens, klares Vorgehen. Das bedeutet, dass du zum einen einfach, wenn du Dinge ausformulierst, dass das strukturiert ist, dass du, wenn du dich zum Wort erhebst, nicht nur kurz einmal zwei Wörter sagst, sondern wirklich konstant mehrere, vielleicht auch längere Sätze hintereinander, wo du einfach auch mal schöne Argumentationsketten bilden kannst, wo Leute einfach merken, okay, da ist richtig was dahinter. Ich würde zum Beispiel auch empfehlen, ganz oft das Wort weil zu verwenden, also nicht einfach nur zu sagen, keine Ahnung, Deutschland sollte weniger Steuergelder ausgeben. Ist ein Statement, kann man machen, aber wenn du dann sagst, weil man merkt einfach, dass, was weiß ich, die zu hohen Steuersätze dafür sorgen, dass die Menschen weniger leistungsmotiviert sind. Und dann, ah, okay, dann kannst du das vielleicht noch mit psychologischen Sachen belegen. Und du gehst nochmal weiter und weiter und je tiefer du diese ganze Argumentationsstruktur aufbaust, desto mehr Niveau hat das natürlich auch. Und eine klare Vorgehensweise bedeutet aber zum Beispiel auch einfach manieren. Zum Beispiel, lass andere Menschen ausreden. Wie gesagt, es geht nicht darum, den anderen zu dominieren und zu besiegen und gar nicht mehr zu Wort kommen zu lassen, sondern lass die Person reden. Im Prinzip, jedes Wort, was die andere Person sagt, ist ja auch nur eine weitere Angriffsfläche für dich, die du dann wieder nutzen kannst. Und deswegen, sei einfach kompetent, sei rücksichtsvoll und überzeug dann einfach mit Qualität. Das ist die beste Strategie für jegliche Diskussion. Fünftens, Emotionen erwecken. So wichtig natürlich Objektivität wichtig ist, so subjektiv sind wir Menschen natürlich auch. Und das gilt natürlich auch für die Bewertung deines Lehrers und vor allem auch für die Wahrnehmung deines Gegenübers der Stärke deiner persönlichen Argumente. Sprich, es ist natürlich wichtig, dass du objektiv auch Recht hast, aber das reicht manchmal gar nicht. Sondern, was oft noch viel entscheidender ist, dass du Gefühle erwächst. Das geht zum Beispiel dadurch, dass du an gemeinsame und absolut geteilte und eigentlich, wie soll ich sagen, unanzweifelbare Werte appellierst. Also wenn es zum Beispiel um Steuersätze oder so geht, dass du dann sagst, ja, aber es muss doch um Gerechtigkeit gehen. Es muss doch um Gerechtigkeit gehen. Es kann nicht sein, dass manche Leute so viel mehr besteuert werden als andere. Oder, ja, aber wenn manche Menschen nicht leistungsfähig sind, dann sollten sie doch auch weniger besteuert werden. Es muss doch fair sein. Und wenn du wirklich an Gerechtigkeit appellierst, das heißt, du kettest dein logisches Argument an einen emotionalen Grund, dann ist es einfach schwer, weil die, vor allem wenn Leute noch nicht so gut in Diskussionen sind und was einfach auf den meisten deiner Mitschüler zutrifft, dann verstehen die gar nicht, wie die jetzt dagegen argumentieren könnten, dass man gegen Gerechtigkeit ist oder wie man das aushebeln kann. Und dann ist es bei mir beispielsweise wirklich schon passiert, vor allem in der 12. Klasse, weil ich dann irgendwann extrem gut darin geworden bin, dass es war wirklich, einmal hatten wir das in Englisch, ich weiß nicht mehr, was wir diskutiert hatten. Wir hatten irgendwas diskutiert und es war so eine 2 gegen 2 Debatte. Ich werde das nicht vergessen. Und der eine von der anderen, von der Gegenseite zu sagen, fängt an, die erste Sache zu sagen. Ich sage so in 2, 3 Sätzen eine richtig starke Sache dagegen. Und dann der so, yeah, I think he's right about that. Und er hat einfach nichts mehr gesagt. Und dann war es einfach vorbei. Es war nur so eine Übung, hatte keine Noten gegeben. Aber das war schon saulustig und deswegen das funktioniert extrem, extrem gut. Probier es unbedingt aus. In diesem Sinne denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.